Ich habe mich jetzt hier aufs Bett gesetzt, damit ich euch die ganzen Sachen zeigen kann. Also wir waren einmal bei Thalia und bei Press & Books hieß der Laden, glaube ich, also in verschiedenen Bücherläden. Dann war ich bei H&M, Tallywell und ich glaube noch irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann waren wir noch in so einem Game Shop. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, GameStop oder so ähnlich. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich zeige euch das jetzt alles mal nicht wundern. Mein Freund ist im Hintergrund, weil ich ihn nicht aus dem Bett schmeißen möchte. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Thalia. Die Preise werde ich euch einblenden, damit ich das nicht alles raussuchen muss. Wir fangen einmal an mit Stephen King. Und zwar habe ich mir das Buch S gekauft. Ja, bei Stephen King hatte ich ja schon geteilte Meinungen. Einige Bücher fand ich sehr gut, andere fand ich sehr schlecht. Aber ja, S wollte ich einfach mal ausprobieren, weil das Buch so berühmt von ihm ist. Ich habe auch den Film gesehen. Der Film hat mich komplett verwirrt und nach dem Film wusste ich gar nicht mehr, worum es geht. Und ich weiß nicht, also der Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe da auch keinen Zusammenhang zwischen den Szenen gehabt und so weiter. Aber ich wollte es einfach mit dem Buch mal ausprobieren, dem Buch eine Chance geben. Und deswegen habe ich mir das einfach mal zugelegt. S hat stolze 1700 Seiten und ist somit auch, ja, das dickste Buch aus meinem Bücherregal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Falls ihr S schon gelesen habt, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr das gut fandet oder nicht. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde damit aber erst im nächsten Jahr dann anfangen, das zu lesen. Weil im Moment bin ich noch bei anderen Büchern, bei Weihnachtsbüchern und da passt S einfach noch nicht so ganz rein. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar ist es Harry Potter. Ja, einige von euch werden jetzt vielleicht ein bisschen staunen. Ich habe noch nie ein Harry Potter Buch gelesen und auch die Filme habe ich noch nie wirklich angeschaut. Die haben mich einfach noch nie komplett oder wirklich angesprochen. Ich fand das einfach nicht wirklich interessant. Ich bin auch nicht so der Fantasy-Typ. Aber ich wollte die einfach mal ausprobieren. Jetzt ist ja Harry Potter auch 20 Jahre alt geworden und das ist jetzt hier so die neue Auflage oder Ausgabe. Und die fand ich einfach mega schön. Also viel schöner als die anderen Harry Potter Bücher. Deswegen habe ich mir das einfach mal mitgenommen. Das hier ist jetzt das erste Buch. Harry Potter und der Stein der Weisen. Also ich weiß auch schon grob, worum es geht. Aber ja, ich kenne die Charaktere nicht wirklich und ich bin einfach mal gespannt, ob mir Harry Potter gefällt. Ich habe nur das erste gekauft. Wenn es mir gefällt, kaufe ich halt das nächste Buch. Ich wollte nicht alle auf einmal kaufen, weil die sind schon ziemlich teuer. Für dieses Buch habe ich jetzt 16,99 Euro bezahlt und ja, ich finde die halt echt schon teuer. Aber ich bin gespannt auf Harry Potter. Wir machen weiter mit dem dritten Buch. Und zwar ist es ebenfalls ein Buch von Stephen King. Hier steht jetzt drauf, Stephen King schreibt als Richard Bachmann. Das verstehe ich immer nicht so ganz. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären, warum die sich dann irgendwie als jemand anders ausgeben oder als ein anderer Autor. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Naja, auf jeden Fall ist das das Buch Menschenjagd. Da bin ich sehr gespannt. Da geht es um eine Reality-Show im Jahr 2025. Und ja, der Gewinner, der halt übrig bleibt, kriegt einen gewissen Betrag ausgezahlt. Es gab aber noch nie jemanden, der dort überlebt hat. Und ja, wenn man jemand anderen umbringt, bekommt man wohl irgendwie noch einen Bonus. Ich finde das einfach sehr interessant. Sowas in der Art habe ich noch nie gelesen. Deswegen musste es mit und ja, ich bin einfach gespannt, wie das ist. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Thriller. Ja, ihr merkt schon, ich bin immer sehr Thriller und Horror belastet. Das ist einfach so. Ja, dies hier ist das nächste Buch. Das ist geschrieben von Winkelmann. House Sitter. Das war eigentlich nicht geplant. Also eigentlich war eher so Stephen King geplant, dass ich da einige kaufe. Aber dieses Buch habe ich dann dort gefunden und das musste ich einfach mitnehmen. Ich lese einfach nur mal kurz oben vor, was da steht. Er will dein Haus, er will deine Frau, er will dein Leben. Ja, mehr sage ich dazu jetzt einfach mal nicht, weil ich so viel gekauft habe, dass das Video einfach zu lang geht. Ja, wenn ich mal in einem extra Büchervideo darüber reden soll, wie ich die Bücher dann später fand, wenn ich die durchgelesen habe oder angelesen habe, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Aber auf dieses Buch bin ich auch sehr, sehr gespannt. Aber eigentlich war es nicht geplant, das zu kaufen. Und jetzt kommen wir zum letzten Buch, was ich dann mitgenommen habe. Und zwar ist es ebenfalls von Stephen King. Und zwar nennt sich das Buch The oder im Englischen Misery. Da bin ich einfach sehr, sehr drauf gespannt. Und zwar soll das Buch so unglaublich gut sein. Ich habe schon sehr viele Rezensionen davon auf YouTube gesehen und ja, selber auch nachgelesen. Und das Buch soll so gut sein. Ich bin einfach gespannt, ja, wie das Buch ist, ob ich das gruselig finde, ob es ein Buch von Stephen King ist, was mir gefällt. Da ich viele Bücher gelesen habe, die mir nicht zu gruselig waren, wo mir einfach zu wenig Geschichte war und zu wenig Horror. Deswegen bin ich hier gespannt, ja, wie mir das Buch gefällt. Und das waren die Bücher, die ich gekauft habe. Es war nicht geplant, dass ich so viele kaufe. Ich wollte eigentlich ein oder zwei von Stephen King holen. Aber naja, also ich habe auf jeden Fall ausgesorgt. Wir fangen jetzt an mit den Klamotten, die ich gekauft habe. Und zwar war ich da bei H&M und bei Tally Whale. Und ja, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo war. Ich zeige euch das jetzt einfach. Wir fangen an mit dem Oberteil, was ich anhabe. Und zwar ist das von Tally Whale und das ist ein ganz normales, langärmliches Oberteil in rosa gehalten. Ich würde fast sagen altrosa. Und ja, das sind so komische Striemen. Es fühlt sich auch ein bisschen anders an, weil das so komisch eingedruckt ist. Ich weiß nicht genau, wie man das erklärt. Auf jeden Fall habe ich mich für dieses T-Shirt entschieden. Einfach für den Winter und fürs Büro. Weil im Büro ist es relativ warm und draußen ist es ziemlich kalt. Und im Büro ist es dann okay, wenn man einen Sweatshirt trägt, beziehungsweise was langärmliches. Und draußen ziehe ich dann wieder eine dicke Jacke über und dann passt das Ganze. Deswegen habe ich mich für dieses Oberteil entschieden. Das habe ich dann auch nochmal mitgenommen in Grau. Also hier nochmal genau dasselbe in Grau. Auch so komisch mit diesen Streifen bedruckt. Und die haben je 13 Euro gekostet. Also 12,99. Und die habe ich beide bei Tally Whale mitgenommen. Dann war ich bei Pimki und auch da habe ich zwei Sachen gefunden. Auch das sind wieder Oberteile. Also ich habe definitiv nach Oberteilen gesucht und ich habe sehr viele gefunden. Dies hier ist das erste, was ich bei Pimki gefunden habe. Aber das ist so ein bisschen gestreift. Ich finde das mega schön für den Herbst. Und das ist einfach so weiß, altrosa, lila, sagt man lila oder dunkelrot und braun gestreift. Ich finde das so schön. Der Herbst ist jetzt eigentlich schon fast vorbei. Aber mein Gott, ich trage das auch im Winter. Alle Oberteile sind, glaube ich, in der Größe S. Vielleicht auch die Pullover in Größe M. Aber ich trage immer S oder M für die Leute, die es interessiert. Und das Ganze hat auch 13 Euro gekostet. Ja, musste ich auf jeden Fall mitnehmen. Und was ich dann noch bei Pimki gefunden habe, ist so ein ähnliches Oberteil. Also im Moment habe ich es mit Streifen. Und zwar ist es dieses hier. Auch wieder gestreift mit einfach so ein bisschen dunkleren Farbtönen. Hier ist jetzt schwarz mit drin. Ich muss sagen, dass ich das andere ein bisschen mehr mag, weil es einfach ein bisschen heller ist. Aber auch dies hier finde ich super schön. Ist genau dasselbe, nur in anderen Farben. Und hat ebenfalls 13 Euro gekostet. Ja, ich finde es mega schön. Dann habe ich noch ein Oberteil bei Tallywell gefunden. Das war reduziert. Und zwar hat das vorher 16 Euro gekostet. Und ich habe es jetzt für 10 Euro mitgenommen. Das ist dieses Oberteil. Das ist einfach nur ganz normal grau. Und hat dann so, ja, dünne, leichte, rote Streifen. Also man sieht das eigentlich kaum. Ja, fand ich aber ganz schön. Auch so fürs Büro, dass es nicht so auffällig ist. Und das ist jetzt hier in der Größe XS. Also eigentlich passt mir XS nicht. Aber manchmal fallen die ja unterschiedlich aus. Und das hier hat ganz gut gepasst. Und unten ist das auch so ein bisschen abgerundet. Also das fällt nicht einfach nur gerade runter. Sondern ist so ein bisschen, ja, abgerundet. Aber das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen. Dann waren wir bei H&M. Das war hier diese Tüte. Die fand ich voll schön. Also genau meine Farben. Da habe ich auch zwei Pullover gefunden. Und zwar ist das einmal dieser hier. Jetzt habe ich sie. Das ist so ein, ja, flauschiger Pullover. Also der ist echt extrem weich. Und ist auch wirklich ein bisschen schwerer. Der hat hier 20 Euro gekostet. Ist in der Größe S. Und ist einfach so ein, ja, fluffiger Stoff. Den gab es auch noch in weiß. Ich wollte den eigentlich auch in weiß mitnehmen. Aber mein Freund hat gesagt, weiß geht so schnell dreckig. Nimm lieber den dunkelroten mit. Deswegen habe ich mich halt hier für den roten entschieden. So einen hatte ich auch nie. Ich habe ein bisschen Angst, dass der beim Waschen kaputt geht. Weil das so ein komischer, ja, Flusenstoff ist. Und ich sowas vorher noch nie hatte. Und ich hoffe, das geht halt nicht kaputt. Aber der ist echt schön weich. Und gerade für den Winter finde ich das super schön. Der liegt auch sehr eng an. Und ja, ich finde es halt einfach bequem. Und hier haben wir dann noch den letzten Pullover, den ich bei H&M gekauft habe. Und zwar ist das, glaube ich, jetzt mein Lieblingspullover. Denn der ist so unglaublich warm und so unglaublich weich. Der ist auch in so einem, ja, sagt man jetzt rot oder alt rosa. Ich weiß es nicht. Ihr seht die Farbe ja selber. Der hat 30 Euro gekostet. Aber ich hatte noch so einen Geschenkgutschein. Und da waren 10 Euro drauf. Deswegen habe ich den so gesehen für 20 Euro gekauft. Das war auch der letzte Pullover von diesem hier, den ich bei H&M gesehen habe. Den habe ich so zufällig gefunden. Der hing da einfach so. Und ja, den habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Der ist ziemlich schwer. Noch schwerer als der Pullover, den ich euch eben gezeigt hatte. Aber auf jeden Fall sehr weich. Und ich glaube, das ist der beste Winterpullover, den ich bisher hatte. Ich finde den einfach voll schön. Und der hält auf jeden Fall warm. Den Pullover trage ich im Winter. Definitiv. Wir kommen zu der letzten Tüte. Und zwar sind das so zusammengewürfelte Sachen. Einmal haben wir hier ein Shampoo gekauft bei Butni. Für die Leute, die nicht wissen, was Butni ist. Das habe ich ganz oft, wenn ich Sachen bei Butni kaufe. Das ist bei uns ein Drogeriemarkt. Ganz viele haben den bei sich nicht in der Nähe. Deswegen, Butni ist sowas wie DM, Rossmann. Ja, einfach ein Drogeriemarkt. Und da habe ich hier dieses Shampoo gekauft. Und zwar von Schwarzkopf. Schau mal. Sommerfrische Shampoo. Feuchte Frische für Sommerhaar. Ja, es ist kein Sommer. Das weiß ich auch. Aber das riecht einfach so gut und fruchtig. Und das war auch reduziert. Deswegen haben wir es mitgenommen. Ich glaube, bei 1 Euro irgendwas lag das, wenn nicht sogar günstiger. Und ja, deswegen haben wir es einfach mal mitgenommen. Wir haben auch noch ein anderes mitgenommen. Aber das steht schon in der Dusche. Das war sowas mit Mandelnilch. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Und wir kommen jetzt zu, guter Letzt, zu meinen kleinen Schätzen. Einige von euch wissen das vielleicht schon, wenn ihr das Video über mein Bücherregal geschaut habt. Beziehungsweise über mein Bücher. Dann wisst ihr, dass ich Funko Pop sammle. Und ja, davon habe ich mir zwei gekauft. Das war in diesem GameStop, heißt das glaube ich. Also irgendwie in so einem Gaming-Geschäft. Da habe ich einmal diesen Funko Pop gekauft. Und zwar ist das hier der Grinch in dieser Weihnachtsedition. Und wir wollen auch den neuen Film, den Grinch, schauen. Diese Neuverfilmung, das haben wir bisher aber nicht geschafft. Und dieser hier ist halt direkt aus der Neuverfilmung. Hier steht auch 2 für 22. Deswegen wisst ihr auch, wie viel ich bezahlt habe. Ich habe auch 2 gekauft. Und das ist hier der Grinch in dieser Unterhose. Also er trägt halt nur eine weiße Unterhose und hat halt seinen Kaffee in der Hand. Und wirkt ziemlich genervt. Ich finde es einfach sehr witzig. Hier hinten sieht man auch immer, wer da noch so mit dabei ist. Und ja, ich finde es einfach süß. Und den stelle ich mir definitiv in mein Bücherregal. Das passt auch zur Weihnachtszeit. Deswegen musste ich ihn einfach mitnehmen. Und der andere Funko Pop ist dieser hier geworden. Und zwar hatte ich euch auch in dem Bücherregal-Video gezeigt, falls das schon online ist. Dort hatte ich euch gezeigt, dass ich auch Vanellope gekauft habe. Und hier hatte ich jetzt halt Wreck-It-Ralf gefunden. Und dann dachte ich mir, das passt sehr gut, da ich sie ja halt schon habe. Und dann habe ich ihn jetzt einfach dazu geholt. Das heißt, ich habe jetzt schon zwei aus dieser Serie. Das passt dann immer so ein bisschen besser zusammen, als wenn man von jedem Film oder jeder Serie nur einen hat. Das passt dann im Bücherregal nicht so zusammen. Aber ich habe mich auf jeden Fall für ihn hier entschieden. Er wirkt auch ein bisschen sehr groß. Ich glaube, das ist sogar dann mein größter Funko Pop. Dieser Funko Pop ist auch sehr schwer. Ich muss mal gucken. Ich glaube, es ist tatsächlich mein größter. Obwohl der Hutmacher, der könnte noch einen Tick größer sein. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe die Figur noch nicht ausgepackt, wie ihr wahrscheinlich schon seht. Aber das werde ich auch tun. Also ich packe die immer aus der Verpackung und stelle die dann immer in mein Bücherregal. Und oh mein Gott, ich finde die so süß. Das war es auch schon mit meinem Vlog. Das war alles, was ich euch so zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Kurzes Update. Die Butchies sind immer noch nicht an den Holzspielplatz rangegangen. Sonst hätte ich euch das gerne gezeigt, wie die da so ein bisschen rumwühlen und suchen und spielen. Aber bisher sind die da nicht rangegangen. Die einzige, die gerade auf dem Käfig ist, ist Rachel. Und die sitzt immer noch hinter dieser Korkröhre. Alle anderen sind schon wieder drin. Ja, ich hätte euch das gerne gezeigt. Aber vielleicht zeige ich euch das einfach mal in einem anderen Vlog, wo sie dann da zugange sind. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss!